so hier kommt dafür die aber der bleibt und es wird schon wieder nacht menschenskind also ich glaube wir haben schon lange nicht mehr so viel erde verjuchst wie heute in dieser aufnahme also wenn wir nicht mehr heute terraformen ich sag die ganze terraformen nicht mehr erde klatschen gehen dann auf jeden fall das nächste mal viel spaß zukunftsgrüne hohe so ich muss ganz ehrlich sagen ich fühle mich gerade nicht so wohl in meiner hau aber ich bin bewaffnet ich habe zwei eier die ich um mich ja ich habe frisch gelegte verzehrbare eier es wird immer schlimmer egal was ich probiere sagt besser gar nichts mehr so hier sieht es dann ein bisschen künstlich aus aber es geht ja sowieso dann runter dann versuche ich dass man ja ein bisschen kann man sich da anpassen ich hoffe das geht ich lasse es jetzt so und macht dann hier weiter oben weiter lass mich mal schauen das passt eigentlich ganz gut hier da ist auch wieder eine höhle da ist auch wieder eine höhle da muss ich alles zu klatschen oder war da ein creeper im werk ich glaube nicht so nehmen wir mal das als höhe an passt eigentlich ganz gut würde ich sagen ich glaube in der kiste habe ich dann keine erde mehr ja dann müssen wir vielleicht doch noch eine erde unternehmen hilft gar nichts leider ich hätte es uns gerne erspart aber es gibt hier jemanden der so viel erde verbraucht einen verschwender so rauf ich glaube nicht dass ich hier jemals wieder runter schauen werde das heißt da kommt sicher kein cobblestone hin ich glaube ich habe unten in der kiste noch erde jetzt wo wir die neue brücke haben möchte ich natürlich immer darüber gehen dann könnten wir auch gleich wieder neue bäume anpflanzen wäre mir gar nicht so unrecht weil dann kommt das natürliche wieder ein bisschen mehr rüber was wir haben hier keine erde ich weiß wir haben in der lagerhöhle noch welche aber ich möchte obwohl ganz ehrlich dann bringen wir das die letzte viertel stunde noch in ordnung und sorgen dafür dass die vorräte dann das nächste mal aufgefüllt werden so ist das so soll das sein ich kann übrigens hier wieder die leiste auffüllen perfekt gut merkt man gar nicht dass das hier unten raus kommt also das wasser natürlich so mal eben wieder geräuspert ähm nee da war's nicht ich bin einfach ja ich glaube ich muss gar nichts sagen zu meinem Zustand vier Stacks lass ich drinnen das muss reichen als Reserve quasi und ne das ist dumm aber ich sehe es ja so gerne achso das ist aber dann eine ganz doofe Höhe irgendwie stimmt hmm war ich mir gar nicht so bewusst naja egal das wird die Zukunft noch bringen das ist aber was was man von außen nicht so sieht deshalb würde ich vorschlagen wir machen jetzt erstmal das was man von außen sieht und hier sieht es eigentlich echt cool aus also von hier oben muss ich ganz ehrlich sagen dass es echt geil aussieht also wenn hier dann mal alles anschließt Hut ab da haben wir müssen wir uns mal selbst loben ganz ehrlich ganz kurz nehmen wir uns die Auszeit und geben uns einen kräftigen Schulterklopfer äh Eigenlob stinkt ich weiß aber das darf man echt mal sagen das haben wir gut gemacht so da mit Citroen der muss leider weg der baum gibt uns aber nur als holz also wir finden schon eine Verwendung für dich keine Sorge habe ich Cobblestone ja mal eben ein bisschen ausgefüllt hier zack ist zwar ein schwacher Trost aber ja eine Creeper Explosion hält es auf jeden Fall nicht aus aber dafür spawnen vielleicht ein paar weniger Zombies so dann lass uns hier noch anschließen und jetzt muss ich überlegen ja ich werd's ein Papier zack 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 gut gut ja das passt hier kann man sich sogar noch ein bisschen erde sparen einfach mal ein bisschen erde mitnehmen schadet mich auf keinen fall so habe ich denn noch einen schluck wasser ja den gönne ich mir für die letzten zehn minuten ist schön wenn man bis zum ende arbeitet dann braucht man nämlich nicht zehn minuten für die abmoderation denn dann muss man dann muss man sich sputen hier werde ich mir also nicht mehr sondern den baum lass mich dir helfen ich spiele dir ein bisschen auf die sprünge das ist eigentlich sogar zu das ist in der tat zu hoch passt schon besser bringt ein bisschen wurde ein und die haben wir auf jeden fall bitter nötig und bäume ebenso sieht das wieder ein bisschen wieder ein bisschen besser aus auch wenn man es nicht sieht aber es gibt einfach ein gewisses sicherheitsgefühl wenn man weiß man muss nicht nur über eine schicht erde gehen zumindest habe ich dann das gefühl besseres gefühl und ich muss ja schließlich spieler nicht hier also ja kann man trotzdem lassen finde ich wenn man da ein paar bäume hinstellt dann fällt die weite ebene gar nicht so auf so zack zack zugemacht zugemacht lass mich mal überlegen hier nehmen wir uns mal wieder die freiheit ich habe zwar vorhin gesagt es ist nicht schlimm dass hier ein bisschen was rübersteht aber es ist doch schlimm ich habe mir entschieden ich habe meine meinung geändert die birke kann trotzdem stehen bleiben moment das haben wir gleich so ich springe jetzt einfach mal rüber wagemutig hier ist das bett so gute nacht und endermann sowas aber auch so sehr schön also ich finde wir haben tatsächlich was weitergebracht in der aufnahme auch wenn das im nachhinein wahrscheinlich wenn ich sehen werde 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 ich mir wieder denken so viel ist ja dann eigentlich doch nicht weitergegangen aber ich finde schon zumindest sage ich das jetzt dass wir ordentlich was weitergebracht haben also liebe liebe freunde vielleicht können wir ja das projekt neue welt dann doch irgendwann mal abschließen würde mir auf jeden fall zur freude bereichen würde mir auf jeden fall zur freude bereichen mit dem schwert wirkt so als ging es ein bisschen schneller auch wenn das schwert denn mein problem so sehr schön dann ziehen wir hier noch eben durch also ziehen wir mal wieder einen durch aber das kennen wir ja bereits zack 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 und zack sehr schön das ich weiß nicht man könnte das dann noch abrunden irgendwie nee aber warum eigentlich weil wir ja schließlich hier und hier mal einen draufsetzen und hier und hier ich hoffe ich muss hier nicht mehr hin aber ich glaube nicht hier und 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 da und hier und das war es auch schon mehr habe ich gerade nicht im angeboten paar hole ich noch aber dann kriegen wir wieder in den wald zusammen ach wie schön und ich habe die ganze zeit wir werden verfolgt so ach so hier haben wir eigentlich genug ich werde jetzt nicht darauf sehen dass ich genügen von allen von allen sorten pflanze aber ja ja wird schon wird schon schief gehen jetzt kommt hier hin ja das fleisch brauchen wir jetzt nicht so dringend ah da haben wir sogar eine schere ich bin ja eigentlich echt dumm hm naja so oberste reihe erde kommt mal hier rein weil mehr als 40 werden wir in dieser aufnahme sicher nicht mehr brauchen wir brauchen eigentlich gar keine mehr so jetzt wird noch mal kurz zurückgegangen dann habe ich sogar noch vier oder besser gesagt dreieinhalb minuten äh zur verabschiedung cool so hier noch bitte sehr passt eigentlich wer möchte noch da vielleicht noch ein hier hier ja reicht für das erste gut lass mich mal luki luki machen was wir noch so alles tun könnten wir könnten jetzt noch drei minuten hier eine reihe durchsetzen weil oder besser gesagt das neue vorhaben einleiten nämlich jetzt tatsächlich hier mal den marktplatz erschließen so cool wird auf jeden fall echt nice und ich habe zwar gesagt ich brauche sicher nicht mehr mehr als 40 das war gelogen ganz frech nämlich wie ich das gerne zu tun pflege kann ich ja noch irgendwas nähe ich kann eigentlich nichts mehr umsortieren habe ich schon ein bisschen stress gegen ende der aufnahme sie alles mit rechten dingen zugeht beziehungsweise endet so den stack können wir gut und gerne noch verbauen und dann ist er schluss mit lustig für heute ja eigentlich traurig weil dann ist sicher wieder sechs monate pause bis zur nächsten meinschaft aufnahme aber umso größer wird ja dann die vorfreude ich hoffe ihr freut dich auch schon ich habe gesagt den stack verbräuchten stimmt haben wir wenigstens angefangen steck auf der hand so 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 ich würde sagen wir hören die aufnahme auch mit so ähm und zack das war der letzte block in dieser schönen aufnahme und tja wahrscheinlich auch der letzte block für die nächsten sechs monate aber wer weiß was noch so alles auf uns zukommt und ich stell mich jetzt auf die brücke nach dem motto äh tja das schönste was wir in dieser folge geschaffen haben ich weiß nicht soll ich den ja ich mach mal wieder die hier als abschluss auch wenn vielleicht ne kommt kein fehler im hintergrund kein schack fehler also ich möchte mich in diesem sinne wieder recht herzlich bei euch fürs zusehen bedanken und fürs dabei sein es hat mir wahnsinnig viel freude naja ok ok ein versuch ist wert also es hat mir wahnsinnig viel freude bereitet heute wieder mit euch minecraft spielen zu dürfen äh wie immer natürlich es ist eine besondere ehre und ja auch wenn es jetzt höchstwahrscheinlich wieder lange pause äh eine lange pause geben wird ich freue mich schon wenn ihr das nächste mal wieder genau hier weitermachen hier hier und dann hoffentlich endlich die neue welt bauen und bebauen können so in diesem sinne vielen dank fürs zusehen liebe leute haut rein und ich hoffe wir sehen uns das nächste mal tschüss leute und habt spaß 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 und so und und auch und